Es ist auch eine Herausforderung, auf einer großen Fichte zu fliegen. Wenn man sich plötzlich auf einer kleineren Modellflug fliegt, dann ist das Verhältnis ganz anders, als wenn man im Landeanflug ist. In der Regel kommt man mit kleinen Modellen. Es wird nicht so erkannt werden von Invalorflankmassen. Warum? Dass man die Treibwerke auch noch so im Balken hat, hinten dran und vor allem auf. Invalorflankmassen Einsetzungen vor allem im Osten, und im Zweiten Polkrieg. Zoomen so nötig. Die Lidl Nelly von James Bond. ...weil auch noch, dass wir dort bleiben können, damit wir in den Händen Polkrieg herabhängen. Am 1. Flutzeitsitz sind sogenannte Medlix, und der hat vor mir gedacht, das sind kleine Flutzeitsitz, die das Senderrechte auskommuniert. Die Flutzeitsitz hat schon die Flutzeitsitzung entwickelt. Ab Schweizer und Warten zu treffen, sondern man muss wirklich die Flutzeitsitzung anwenden. Keine Angröste, und für uns eigentlich keine Höhe und Verbrennungsanscheinungen an dem Modell, und natürlich auch wieder los. Die Flutzeitsitzung, die Flutzeitsitzung, die Flutzeitsitzung, die Flutzeitsitzung. Die Flutzeitsitzung,